Hallo! 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 Boing! Das war Bungel! Also, also mögen wir uns jetzt so... Er hat man... Drei... Mein Name ist Jonny und ich werde jetzt diesen Paar... Alter, Rikki! Er schreckt mich doch nicht so... Alter, ich hab mich so erfordert... Das tut mir leid... War das laut! Ja, wir haben scheinbar wieder den Rennen im Shop... Ich glaube, er macht's mit Absicht... Rikki, was machen wir damit? Suchen wir ihn und bringen ihn um? Ja... Wollen wir auch... Aber dann... Wenn ihr mich jetzt schießt, will ich vorher den Clown tot sehen, okay? Schon... Okay, warum wieder Schuld auf mich schießen? Ich weiß ihn nicht, es ist lustig, es macht einfach Spaß... Okay... Ich merk es... Bei mir macht's dir besonders... Ich geh mir so offen, sagt die beiden, ne? Ja... Verständlich... Die gehen mir grad zu... Die haben aber keinen vermeiden, die Tags... Die haben aber keinen vermeiden, die Tags... Innocent... Innocent... Ja, mies... Ja... Ja... Und wieder mal haben wir zwei wertvolle Teammitglieder verloren... Uh, Leiter... Na, keine Leiter, Rikki, das ist okay... Ach so... Ich hab hier leider zu viel gehört... Ich... Ich... Mal unten Chaos... Was denn? Was... Was hat sie mit der jungen Dame da? Was ist hier los? Aua... 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 Wie kommt man denn da hoch? Aua... 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 Timo... Timo, du musst da ein bisschen aufpassen... Timo... Hocki... Hocki... Hocki, kannst du da bitte gehen? Hocki, bitte nicht... Hocki, du bist gleich tot... Und wieder mal liegt alles an Rikki Mania... Meine Damen und Herren... Heute ist es soweit... Heute wird Rikki zeigen... Dass er gut ist... Verdammte Scheiße... Heute wird er zeigen... Dass Rikki... Etwas kann... Du bist laut... Heute wird er... Oh man... Oh man... Oh man... Das hat nicht so funktioniert wie geplant... Schade... Was war das... Was war das... Was war das... Du hast es allen gezeigt... Ich habe es allen gezeigt... Hast du gesehen wie sie gezeigt haben... Hat Rikki dich auch getötet, Timo? Jhonny, danke für deinen Support übrigens... Ich habe nicht gesehen, dass du gestochen bist... Okay... Ich zeig jetzt allen was ich kann... Und dann wird er vom... Ich bin jetzt selbst... Eure Schossen geworden... Ja, aber ich hab doch... Ich hab ja dann... Aber Johnny... Du warst wie so ein Jagd... Timo und... Aber Timo, jetzt funktioniert... Wär es richtig coole Szene gewesen... Ach Rik... Wir haben übrigens den Random Shop wieder... Find ich sehr irritierend... Ja, ich mags... Ist ganz lustig... Ich nehm... Man muss dann immer sich... Pläne überlegen... Mit dem Zeug... Was man so bekommt... Ich nehm den Zwerg mit... Hä? Joke, Johnny... Mh... 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 Mikrowelle... Wenn die Runde losgeht... Automatisch dann? Das ist mein Geschenk für sie, Herr Detective... Das ist mein Geschenk für sie, Herr Detective... Wie sehr ich sie wertschätze... Wie sehr ich sie liebe... Der kommt mal in die Gesundheitsstation... Und wie sehr ich glaube... Ich schieb die nur in die Sicherheit... So hier... Weißt du das nur... Dass der hier in der Ecke ist... So... Ich genieße nur mein Leben... Find ich gut... Ich genieße nur mein Leben... Ja... Ey, die explodieren auch, ne... Fast davor... So... Jetzt wissen nur wir das wieder... Oh... Oh mein Gott... Fuck... Aber du hast ein bisschen Schaden bekommen... Ja, wo ist die E-Box? Du bist ja nicht gestorben... Das ist die E-Box... Explodiert dieser... Zwerg hier auch? Ja, warte, warte, warte... Probier's mal aus... Heute kann es... Ach so übrigens... Happy Birthday schon! Alles gut zu deinem Geburtstag! Oh mein Gott... Heute kann es regnen, stirnen oder schreien... Denn du schalt ja selber... Wieder Sonnenschein... Wieder Sonnenschein... Hier, der Gartenzwerg ist für dich... Äh... Nicht an seinen Geburtstag, Hanno... Warte kurz... Es geht jetzt echt zu weit... Unschuldig... Er hat mich schon... Er hat mich genervt... Heute ist dein Geburt... Was ist gerade passiert? Ihr Geburtstagskort? Er hat es noch so erleuchtet... Was? Warum ist der... Der ist einfach... Der ist zum Mond anklogen oder so... Ja, aber... Der wirkt halt nichts... Ja... Ich bin die Texter... Schon an den an den Geburtstag... Ich wollte nur nerven... Das hat funktioniert... Das hat sehr gut funktioniert... Ich merke gerade... Dankeschön... Ich hatte die ganzen Folgen... Ja, keine Softboxen an... Die ganzen Folgen scheiße aus... Wie zu dunkel... Sieht man aber einen Unterschied? Ja, ne... Warum... Nee... Vor dem... Aber ich konnte sie nicht identifizieren... Weil überall... Echte Granate unter mich geworfen ist... Oh... Dann schauen wir mal hinter... Ja, Johnny hat dir ne echte Granate... Reingebogen geworfen... Hm... Happy Birthday Sean... Ja, gut... Mein eigen... Schlag... Du warst ein bisschen im Traitor-Shop, oder? Ich war wirklich im Traitor-Shop... Ich war wirklich im Traitor-Shop... So ein Loser... An seinem eigenen Geburtstag ermäuchelt... An seinem eigenen Geburtstag... An meinem eigenen Geburtstag... Ich hab ihn nicht erschossen... Gitanos Pro... Hat einfach zwei Traitor aufgedeckt... Richtig gut... Hat der? Ja... Ja, weil ihr darüber geredet habt... Dass ihr Gitanos getuldet habt... Den Clown... Ah, fuck... Und dann wussten Hockey und ich... Dass ihr beide unter einer Decke steckt... Das war wirklich gut von dir, Gitanos... Boing... Und willkommen zu einer neuen Ausgabe... Eures Lieblings-Displays... Hier bei... TTT... Slash... Ricky Mania... Wir sind heute unterwegs... Und versuchen natürlich mal wieder... Die bösen Buben zu schnappen... Wir sind unschuldiger... Das bedeutet... Dass wir unschuldig sind... Und demnach... Nicht Traitor... Wenn wir Traitor wären... Müssen wir mit anderen töten... Das tun wir aber nicht... Wir versuchen also jetzt... Dieses Mal... Zu überleben... Und wollen natürlich auch nicht getötet werden... Wir schauen als erstes mal nach... Ob wir vielleicht den Detektiv finden... Wir haben den Detektiv gefunden... Dieser ist heute zusammen unterwegs... Der ist gestorben worden... Ich war das nicht... Das war... Das war Sean... Sean war das... Ich war da... Ich schwöre auf alles... Ich war es nicht... Töte mich... Ich bin Innocent... Sean war es... Sean war es... Okay... Warte... Okay... Warte... Ich hab auch den Pulli... Okay... Moment... Ohne Momento... Moment... Ich hab gerade so den größten... Fein wiederbelebt... Äh... Achso... Ja... Ein schlechtes... Gewiss mal... Einfach so hinter... Witzig... Schaden gemacht... Das war sehr... Sehr gut... Aber... Ja... Ich finde auch... Hab ich gut gemacht... Ich geh mal eine Runde... Was bei heute... Gerade nur... Gestählte Körper... Mehr... 28 Grad... Bei mir... Was ist denn hier... Lauf... Was hab ich denn hier... Voller PC... So aus... Warte mal... Wenn die Folge rauskommt... Ist vielleicht sogar schon wirklich Sommer... Weil wir machen ja... Ja... Ne... Sommer noch nicht... Aber es wird warm... Junge... Es bestimmt jetzt schon Ende Mai... Hallo... Ey... Was sollen die Scheiße... Das sind meine Jungs... Das sind meine Jungs... Nein... So nicht... Die werden jetzt gerecht... Wer war das... Schleichen... Karl hat die... Wer legt sich mit meinen Jungs an... Imo... Okay... Ich hab's Gefühl... Ich hab irgendwas verpasst da hinten... Ich meine... Ich spüren würde gar nicht... Ich glaube es ist Zombie... Karl der Käfer... Man hat sich nicht gefragt... Ich weiß... Irgendwie... Ich glaube ich hab eindeutig was verpasst... Hallo... Lebt hier noch jemand? Die ganzen Karls... Ich sag ja... Da waren ein paar... Oh... Pass auf... Die Scharktripp... Die Scharktripp da vorne... Die Scharktripp... Bei dem Baumstipf... Mogi... Ja... 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 Wo ist denn der letzte Karl? Ah da... Okay... Irgendwas haben wir verpasst... Warum war da so flekal? Okay... Ich weiß es nicht... Ich hab die mit dem Schaf gesehen... Und dachte mir... Ich muss die glaube ich... Einfach erledigen... Ihr habt die Gang zerstört... Was soll das denn? Ja... Ist so... Es hätte so ein schönes... Ich hab die Gang nicht mal gesehen... Es hätte so ein schönes... Drei gegen drei werden können... Ja... Ich konnte nicht anders... Ich hab's gesehen... Und dachte mir... Nein... Nein... Ich muss sie aufhalten... Oh ja... Ich hab's doch gesagt... Dass wir noch die drei Traitor leben... Wahrscheinlich... Oh... Bim... Der hatte komplett recht... Ja... Wir haben alle überlegt... Rikki... Nein... 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 Aber dann hat der Spiel gesagt... Ich darf nicht... Ja... Naja... Ich hab's versucht... Oh ja... Cimo... Ja... Jungs... Junge... Ist das geil... Du bist ein Zauberer Harry... Juuu... Nee... Lass mich raus... Juuu... Nee... Nee... Da will ich nicht mehr wohnen... Du bist ein Zauberer... Da will ich nicht mehr rein... Nee... Ich hab wie auf die Scheiße... Ja... Ja... Das geht... Das geht... Ja... Ich glaub ich sollte rausgehen... Die sprengen gleich das Haus... Ah shit... Ich mach mal meine Tür wieder zu... Oh... Jemand hat einen Among Us gespawnt... Warte mal... Okay... Kurzer Prozess... Was auch immer passiert ist... Maeve... Wie hast du mich mit der Explosion gekillt? Äh... Ich hatte... Drei Among Us vor die Tür gesetzt... Und hab gewartet dass einer rauskommt... Aber du würdest irgendwie reingehen... An dem Punkt... Irgendwann... Ich wollte die Tür aufmachen... Und eine Granate reinwerfen... Ich hab die Granate aufgeladen... Ist die dann deswegen irgendwie... In meiner Hand explodiert oder so? Nee... Nee... Die Among Us laufen rum... Und die ziehen ja selber Granaten... Und explodieren irgendwann... Ach die explodieren... Die Among Us-Teile? Ja... Nee... Die kommen raus... Ich dachte die machen Nahkampf Schade... Nee... Nee... Die explodieren... Die ziehen nur... Die ziehen nur... Die ziehen nur Granaten... Und laufen hinterher halt... So ein bisschen... Oh mein Gott... Rikki... What the fuck... Wurde Rikki erwischt? Danke... Danke Rikki... Er hat er selber abgeschossen... Haben wir einfach ein bisschen Heidung... Ja... Ja... Das hab ich gerade nicht... Das hab ich gerade nicht... Ja... Dankeschön... Junge... Ich wollte doch nur einmal kurz hier reinlegen... Johnny... Halt die Fresse jetzt bitte... Hä? Oha chill... Oha chill... Oha chill... Oha... Oha... Mach die Tür auf... Mach die Tür auf... Rikki hat auch schon den Taste davon bekommen... Mach die Tür auf... Rikki kann auch mal die Fresse halten... Nein... Das ist ein Doorbuster... Das ist ja echt ein Doorbuster... Ihr habt wirklich beide genau die gleiche Scheiße mit mir abgezogen... Rikki und du... Was denn? Wirklich? Ja das ihr euch dann die Tür stellt... Das war herzerreißend... Was geht da jetzt drinnen ab? Ich kann mir vorstellen... Oha... Okay das ist doch kein Doorbuster... Hi... Dir geht's echt nicht gut... Hi... Alles okay... Hi... Ey... Ne... Wir wollten... Ey... Magisch... Okay... Tschüss Magisch... Tschüss... Ey... Wenn Timo jetzt Nova ist... Das wäre wundervoll... Ich muss nachladen von dir... Nein... Moment... Johnny... Ich muss nachladen... Wieso ist die Tür schon wieder zu? Und warum... Hast du an sowas geredet? Und was hast du gemacht? Na guck mal... Die Ball hat da... Och... Johnny wurde gerade erschossen... Ich guck wo du bist... Weil ich einen HP hab... Was soll ich denn machen? Äh... Warte mal... Ich kann dich heilen... Ne... Kann ich doch nicht... Ne... Ne... In dem Haus ist ja noch jemand... Mann ich hab voll die schlechte Waffe... Scheiße... Ja dann... Kennen wir Fully oder? Ja... Aber wie? Ja... Reingehen und schießen... Ne... Ah warte... Ich hab die Deckung... Ich hab ne Idee... Aha... So... Ich hab ihn paralysiert... Töt ihn, töt ihn, töt ihn... Er ist paralysiert... Okay... Oh mein Gott... Das war so klug von mir... Oh mein Gott... Oh mein Gott... Das war doch ne Scharkpfeiler... Die du irgendwie überlebt hast... Lol... Wir beide... Ja... Okay... Nee... Die hat... Oh ich dachte... Ich dachte... Die hat... Sonst wär die da voll reingelaufen... Und ich hätte einen von euch erwischt... So mies... Tja... Tja... Aber ist nicht passiert Fully... Naja... Ach... Ich hasse das... Was geht? Na... Fully... Peinlich... Was ist da nicht drinnen? Was ist das hier reinpasst? Naja... Ne... Sonst... Sind... Ich habe noch nicht den Kuchen von... Tja... Herr... » ...' Es... und sonst so wie geht es euch alles gut ich wollte einfach mal eine runde mal wieder warten mal gucken mich mal findet quasi heitens sieg spielen das was germy jeden tag macht auf 64 mache ich heute hier bei tv ist jetzt anscheinend auch nur feier erwischt ist wie kann die kopter bei uns zu suchen schon wie ihr merkt noch zu raus gucken vielleicht mitbekommen was fast mitnehmen ich hab da die ganze zeit langweilig anschleichen müssen ganz leicht noch leben und ich ich wollte den detektiv wieder überleben als ich war so verwirrt weil ich dachte das ist das tun alles im blick ich dachte die luft ist rein weil er noch mal zu bekommen versteckt sich in den büschen stark jetzt haben wir sind guter ich sag ich glaube ich habe auch den hitbox schaden bekommen wurde dadurch noch weiter weg geschleudt ich bin richtig weit hoch geflogen das war komisch ich Hm. Oh mein Gott, er zieht ja Chancen einfach. Eieiei. Pst, ich bin im Klo. Das war vielleicht ein Fehler. Scheiße. Mein jetzt. Weiß ich noch nicht. Scheiße. Hast du dich selber im Dorbaster eingesperrt? Ja, aber fülle nicht die Tür auf. Ah Mist. Ah! 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 Das ist der Session heute. Erstmal Gaetano. Er ist tot. Erschossen einfach. Perfekt, jetzt haben wir eine neue Deckenlampe. Für die Terrasse hier. Musst mir der Durchwechsel und ihn leuchten lassen. Ach Hockey, ist da? Hockey warst du gerade im Traitor-Shop? Darf ich mal was da drinnen anschauen? Hockey, ich hab deinen Sniper umgebracht. Geh mal, geh mal aus dem Weg. Ich muss kurz eine Razzia machen. Was schön. Eine Razzia? Oh, weil er eine Ratte ist. 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 Das ist ja typisch. Warum so Feuern? Das ist das Feuer hier so komisch ausgerichtet. Das war ich schon, das Geist. Ich hab gebrannt und plötzlich... Oh, du hast das Geist gebrannt. Was ist hier los? Lass mich kurz weg. Sorry. Ich merke schon was hier los ist. Lass mich nicht kasten. Oh Gott, ich brenne. Der alte Feuerteufel. Ich hab die Fireball... Den Feuerball hab ich gewafft. Wir müssen aufpassen. Ja. Wo ist der? Wo ist der? War das ein Feuerball? Hockey. Ja, Hockey ist es. Habt ihr Hockey erwischt? Da oben ist er. Wo ist er? Wo ist er? Wie bist du? Ich hab auch ein Jetpack. Wolli ist es noch. Oh mein Gott, ich verstehe. Nein! Da waren es nur noch drei. Ist bloß hinten da hinten. Was, Leute, ich weiß nicht wer? Ich. Okay, cool. Dann brauch... Ja. Ja, natürlich. Also, kommt schon. Interessant. Warum bist du allein unterwegs? Ja. Warum bist du bei niemandem? Die irgendwie alle durch Hockey gestorben sind, der irgendwo rumgeistert. Der hat Feuerbälle gemacht und sowas und dann waren die alle auf einmal tot. Ich hab aber... Ja! Hockey hat die ganze Zeit gesagt, jemand schießt auf mich. Und dann hab ich deswegen Geltano umgebracht. Das wär so lustig, wenn das sein Kollege war. Ich bin so lost. Hockey so, irgendwer schießt doch hier auf mich. Und dann dachte ich, dann snipe bestimmt jemand. Nee, das ist Sean. Das ist nicht Hockey. Aber ich sag's ja auch. Bist du zuerst gekommen und hast nichts davon erzählt, bis wir dich erst... äh... Ja, weil du sofort gesagt hast... Hier liegt Hockey. Nee. Immer noch nicht. Wer sind die alle? Und warum hast du die nicht confirmed? Zombie, lebst du noch? Wund ich so schlecht im Lügen manchmal, ne? Da geht mal weg. Oh... Oh... Oh, die Fässer haben mich geschützt! Oh mein Gott! Ich glaub, das wart ihr! Gute Arbeit Jungs! Oha! Von wo? Wie von wo? Ach da? Wie? Du hast mich nicht gesehen! Hallo? Ich hab dich richtig gesehen! Moment! Ich hab keine vernünftige Waffe! Nein! Nein! Als wenn Johnny das doch verliert hat. Kommt jetzt her! Du kommst jetzt her! Oh! Gutes Du ey! Was ne Runde! Als hat Johnny das super scharf überlebt hat! Die Fässer haben ihn geschützt! Die Fässer haben ihn geschützt! Das ist die neue Meter! Dabei hab ich mich so bemüht euch alle sneaky abzuknallen, während ihr Hockey sucht! Ja, das war komisch, dass Hockey der Grund war, warum ich den anderen Trailer gefunden hab! Ja, irgendwie schon! Ich check hier nie so ganz, wie ich rauskomme! Wo bist du denn? Hockey? Äh, Wolli? Wo bist du denn? Ach da! Hallo? Ich wollte schon sagen, wo warst du denn? Hi Ricky! Ach so! Ich rede die ganze Zeit gar nicht, sorry! Ich wollte gucken, wo du bist! Wo du sagtest, kommst du nicht raus! Was machst du da? Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Das endet ja wie bei Werner damals! Was macht die Ratte da schon wieder? Was macht ihr da? Ja, das geht ziemlich auch nicht mehr weiter! Was habt ihr für den Lärm gemacht? Wir haben das Auto, also die haben das Auto vorhin nicht gefunden! Wir haben das Auto umgeparkt! Ja, genau so! Ja, ne! Ich hab... 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 Ich seh niemanden! Das ist so ne komische Runde! Aua! Hilfe! Ich hab Angst! Wie bin ich hier hoch? Alter, diese Schlangen sind so schrecklich! Ja meine Schlange! Die Schlangen sind so scheiße! Das waren welche von Zombie oder nicht? Ne, das war meine auch. Timo, wir haben uns gegenseitig verdächtigt. Warst du jetzt oder nicht? Nein, ich war's nicht. Ich war's nicht. Wie fester, bei denen die nicht explodiert sind, Timo? Johnny hat den Weeping Angel und Schlange hab ich jetzt auch geschossen. Ah, der Weeping Angel ist das mit dem Blinzeln! Bonusrunde! Ja. Da blinzeln nicht wirklich. Doch, das steht dann am Ende. Aber ich versteh nicht, da war noch fester, die nicht explodiert, Timo? Die sind nach so 10 Sekunden explodiert. Oh Mann, wie dumm! Oh Mann, ne, verdammt nochmal! Ja, ist jetzt die Bonusrunde, oder? Ja, da wo ich dir den Weeping Angel angeklärt hab. Oh Gott! Warum bin ich jetzt? Warum? Oh mein Gott, das war so gut! Das war so gut! Wir haben auf das Fass geschossen, ich küsse dich! Ich küsse dich! Oh mein Gott, ich hab gar keinen Kuss, aber ich würd dich gern küssen! Das war so gut! Ich hab so gehofft, das macht jemand! Ich hab dir auch sofort geglaubt! Ich hab dir auch sofort geglaubt! Ich hab ne Farmas! Ich hab ne Farmas! Ingmar hat seine Position geschuffelt und Ricky stand dann halt offen da mit diesem Waluigi Launcher in der Hand! Oh, hier ist kein Ricky drin! Oh, ich krieg noch nen Hansch! Oh, das ist passiert! Oh, das ist so viele Hansches! Sorry, Hockey! Du hast noch nichts geleistet, aber vielleicht... Ja... Wer ist denn der Detective? Mein Verstand kam nicht mit! Ah, Johnny ist der Detective! Hey, was soll das denn heißen, ihr Dreckigen? Johnny ist der Detective! Ah, Scheiße, Johnny ist Detective! Dann wissen wir auch, wer später ist! Dann wissen wir auch, wer später ist! Er hat nen Home Run Bet! Oh mein Gott, Johnny ist der beste Detective der Welt! Mann, ich will diesen Weltverschläger haben! Achso, ja... Ich kann ihn nicht überlegen, oder? Was denn macht Fully da? Hallo? Hallo? Von Fully? Gehen wir noch am Leben? Oh, Fully? Gehen wir noch da? Ist es so still? Ich fühl mich so alleine! Wer hat Ricky umgebracht? Ah, jetzt weiß ich! Aber nein, bin ich nicht! Bin ich wirklich nicht! Nein, Aua! Ja! Ich hab das Gefühl, das war auf das Verfahren, das war nicht gut zu Fully! Das war ganz nice! Ja, sie waren alle woanders! Nee, Fully war's, ah! Das haben wir echt! Warum... 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 Ich fand das gemein! Das ist gemacht, das Johnny! Bonusrunde! Nee, das war schon Bonusrunde! Das war die Bonusrunde! Nee, das kann nicht mehr! Ich weiß! Bis zum nächsten Mal! Feierabend, Johnny! Jetzt geht's erst mal viel hin! Tschüss! Tschüss! Für Feierabend, Tschüss! Wie das duftet! Kräftig, deftig, würzig, gut! Rommasche aus dem Buchenrauch! Alleine aus dem Buchenrauch!